Und da sind wir wieder in der nächsten Folge Halo 2, die Master Chief Kollektion, mit dabei ich, euer Martin, der Master Chief, ich, 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 und irgendwann auch der, ich vergesse das immer, Hüter, der Hüter, und ein Haufen beschissener Scheißblatz. Ah, kriege ich die von hier hinten, ah, der, den kriege ich weg. Krass, was hält denn der aus? Das sind doch die Platzviecher, Platz, genau. Der rennt wild in der Gegend rum. DirTT, 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 dirTT. Boah! das ist auch so ein platzer dahinten also dieser ampel fritze da geht mir auf den nerf hallo scheiße so haben wir hier irgendwo waffen vielleicht ja das was dieses geräusch gefällt mir nicht wo ist wo ist denn so aber dann halt 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 komm schon gib mir nein nein die will ich ja ach ne das ist die schrotflinte ok schrotflinte genau da machen wir die beiden gut oh gut dann schauen wir doch mal da rein oh scheiße oh nein oder oh nein das ist jetzt nicht euer ernst und danke ich war schon tot nee oder ob ich das so toll finde mit wow ja super keine zeit na ganz toll ich mache ja auch picknick erlägt mich doch schnauze ok dann probieren wir das mal anders was heißt ja dafür haben wir keine zeit mädel die legen mich um mir ist auch lieber die hätten dafür keine zeit aber die nehmen sich die zeit den ist das egal du bist mir auch keine große hilfe hallo nein 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 leck mich wo kommt ihr her einfach durchlaufen das funktioniert doch nie oder ich renne ich renne ich renne ich renne einfach mal okay da nicht nein 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 hier weiter hallo und schwupps ok okay ooffx hoi joi joi ��도 ich auch soll nene ich bin hier keine taschen beim wagen machen Soll die Flood unsere heilige Stadt verschlingen? Soll High Charity auch zu einem ihrer verödelten Baue werden? Die ist schon wieder mit ihrem Predigengedönsel. Kein Tod hat jemals unserer Macht getrotzt. Auch die Flood wird versagen. Ich werde tun, was ich kann, um die Startsequenz zu verlangsamen. Okay. Aber in dem Schiff ist es etwas, eine Präsenz, die dagegen wirkt. Für ein Allianz-Konstrukt ist es ziemlich eindrucksvoll. Ui, ui. Oh, oh, nein, ich will da nicht hin. Wow. Oh, 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 oh. Hui, äh, okay. Ähm, 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 ja. Ich befürchte mal. dass mir das nicht hilft. Ich finde es ja wenigstens toll, dass die sich gegenseitig platt machen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oopsie. Oh, oh. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ähm, ja. Er schießt da noch irgendwas auf mich? Okay, dann geht's hier weiter, oder? Oder nicht? Äh. Ah, gut. Hui. Oh, zu ruhig. Viel zu ruhig. Viel. Zu ruhig. Viel, viel zu ruhig. Ähm. Ja, wusste ich's doch. Dacht ich's mir doch. Wok, 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 wok. Autsch, 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 Autsch. Wow. Okay. Boah, leck mich, leck mich, leck mich. Autsch, 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 Autsch. Hey, hey, hey. Einfach nur laufen. Oh. Ich renne einfach durch. Ist mir jetzt egal. Da. Oh. Die Stämme kennen wir doch. Ich renne hier einfach durch. Sorry, Leute, aber... Und ich weiß, da. Aha. Wer wir... Danke, weg hier. Wow. Ich hoffe, dass ihr das besser versteht bei der lauten Musik, was da erzählt wird. Ich verstehe kein Wort. So, was nun? Oh. Und jetzt? Ich verstehe es echt nicht. Kann man denn hier nicht? Das regt mich so auf, ehrlich. Klick-Tasten, Stick, Stick-Umkehrung, Flug-Steuerung, Steuern-Tasten, Bumper-Trigger, Druck-Verhalten. Bei Audio, ich kann nur die Musik-Lautstärke im Menü einstellen. Das ist echt... Das ist echt... Nervig, aber... Man kann diese Musik nicht leiser stellen. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das sieht nicht gut aus hier. Ich glaube, ich renne wieder einfach weiter, ha? Oder... Wow. Was war das? Oder muss ich hier aufräumen? Oh, scheiße. Ähm. Wir probieren mal, ob wir da hinten durchkommen. Oh. Wow. Geh mir aus dem Weg, du blöder... Blöder Schildträger. Hol. Auf. Äh. Scheiße, geht nicht auf. Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh verflucht das ist doch nicht euer fucking ernst oder das ist mal hier hinten abwarten was passiert kommen die blatt hier irgendwie automatisch oder oh ja okay gut wenn dies jetzt aufeinander abgedehnt haben kommen wir dann durch wo muss ich denn hin wo muss ich denn hin okay nein mach aufmach aufmach wieder aufmach wieder aufmachen wieder auf und was muss ich denn machen ach so ruhig daneben schwert und jetzt und jetzt und jetzt habe ich ein schwert ok nein 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 das ist wieder das blöde ding hier nein danke für den erfolg aber nein aber jetzt geht das wieder los nein ich will zurück ins spiel kommt komm schon hallo hallo ich will aber das eigentlich bin ich das schwert nicht und aber oder brauche ich das schwert aha hallo muss ich vielleicht dann nehmen wir das schwert statt dem muss ich hier vielleicht das flimmert so hier das flimmert so hier ähm ähm öh öh okay öh öh ja ja ach so das putzelt hier doch so komisch na 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 ok tschuldigung aber dann 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 nehmen wir die noch mit und auf geht's aufzug jubi jubi oh gott so kommen wir jetzt langsam zum ende hier ach du scheiße ach du scheiße ich renne ich renne halten sie den propheten auf das ist alles was dreht joo mach ich juu ich bin ne rakete ich bin ein flugzeug ich bin superman oh äh halt aber äh cortana äh cortana mitnehmen vielleicht ich hole dich wieder hey ich hole dich zurück ja das ist jetzt nicht dein ernst du gehst nicht ohne cortana weg oder hallo sie ist doch die einzige frau in meinem leben die große reise schmieden sie ein unerwartetes bündnis und hindern sie tartarus daran den ring zu aktivieren aber was ist denn jetzt mit cortana hallo das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht wo sind wir hier wo die räte die weile des symbols sehen sollten im beginn der großen reise ich muss da rein dann mal aufsitzen gebieter ich weiß wie wir durch die türen kommen ja und das machen wir aber hey was ist denn das für ein gerät was ist denn da cooles teil inspector darf ich mal ach so ich kann gar nicht schießen ich kann nur fahren äh nee das äh wollte ich eigentlich nicht na gut das werden wir aber beim nächsten mal sehen wie es hier weitergeht ich hoffe ihr hattet auch ein bisschen spaß und wir sehen uns beim nächsten mal wenn es heißt hey load 2 die masterchief kollektion mit mir euer martin macht's gut bis dann haut rein ciao ciao bis dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020